Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zum nächsten Video von Jörg, Jogler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Religiöse Stände, der oberste Pontifex und ist Abschnitt 1 von Kapitel 6 aus dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, das vorletzte Kapitel dieses Buches. Ich fange an zu lesen, oben auf Seite 189, für diejenigen, die gerne mitfolgen möchten, und freue mich drauf, in die Endphase dieses Buches zu kommen, das mit jeder Seite, die man liest, interessanter und noch besser wird, als es angefangen hat. Und wenn man dieses Buch zu Ende gelesen hat, was ich auch noch nicht habe, auch nicht in Vorbereitung, ich bin fast durch, aber noch nicht ganz, dann kann ich einem versichern, wenn man spirituell, geistlich, also ehrlich ist, zu sich selber, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass die Hure Babylons in der Bibel beschrieben Rom ist, und dass Rom seine Wurzeln in Babylon hat. Es gibt da keinen Zweifel dran. Und jeder, der doch ein wenig zweifelt, den möchte ich doch mal eben fragen, über folgendes kurz nachzudenken. Stell dir vor, es gäbe keine Bibel. Ist mir jetzt vollkommen wurscht, ob das die Schlachter 2000 ist, die Luther 1984, die Eberfelder, oder all diese ganzen, wie ich öfter schon erklärt habe, meines Erachtens und meinen Studien zufolge, unehrlichen, korrupten Bibeln, es spielt keine Rolle. Stellt euch vor, es gäbe überhaupt keine Bibel. Woran könnten wir dann erkennen, dass Rom die Lüge vertritt? Wir hätten die Wahrheit nicht in unserer Hand. Und nur, wenn man die Wahrheit kennt, von der Jesus sagte, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit, und keiner kommt zum Vater, außer durch mich. nur, wenn ich die Wahrheit überhaupt kenne, wenn ich sie überhaupt in die Hände kriegen kann, wenn ich sie überhaupt erkennen kann, kann ich die Lüge überhaupt erst bloßstellen. Darum geht dieses Buch. Es hilft uns anhand der Bibel, des Wortes Gottes, das er zu uns spricht. Wir sind seine Geschöpfe und seine Pflicht gegenüber seinen Geschöpfen ist es, sich uns mitzuteilen. Und genau das tut er in der Bibel. Ihr könnt da gerne drüber streiten, welche Bibel ihr nehmen wollt. Mir ist das wurscht. Ich habe für mich meinen Frieden damit gefunden und ich mache da keine Diskussionen drüber. Der Punkt ist, egal welche Bibel wir drüber sprechen, wenn wir diese nicht hätten, seid doch mal ehrlich, dann würden wir doch alle Rom folgen, oder? Weil wir gar nichts anderes hätten, was wir folgen können. Und wenn wir Rom nicht folgen, dann folgen wir dem Islam. Und wenn wir dem Islam nicht folgen, dann folgen wir dem Buddhismus. Und wenn wir dem Buddhist nicht folgen, folgen wir dem Hinduismus. Alles Lügen desselben Ursprungs, der nur in der Bibel erklärt wird. Dieses Buch hilft uns dazu, ein weiteres Licht darauf zu werfen, wo die Ursprünge der ganzen Religionen sind. Religion ist menschengemachte Glaubenstheologie, hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit, die unser Schöpfer zu uns spricht. mit dem er uns in die Pflicht nimmt, was aber auch gleichzeitig seine Pflicht ist, sich uns mitzuteilen. Denkt da mal drüber nach. Wo würden wir ohne die Bibel stehen im Erkennen der Lüge, in dem System, in dem wir leben? Und wenn ihr drüber nachgedacht habt, dann könnt ihr vielleicht eben mal kurz auf Pause setzen und darüber nachdenken und dann weiter auf Abspielen drücken und von der nächsten Lesung genießen der oberste Pontifex. Die Gabe des Dienstes ist eine der größten Gaben, die Christus der Welt geschenkt hat. In Bezug darauf spricht der Psalmist, als er die Himmelfahrt Christi vorhersagt, so erhaben von ihrem gesegneten Auswirkungen. Zitat aus dem Psalm 68, Vers 19 Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene mitgeführt, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, auf das der Herr Gott bleiben soll. Ende Zitat Die Gemeinde in Rom hatte ganz zu Beginn die von Gott verliehene Gabe eines schriftgemäßen Dienstes und einer schriftgemäßen Leitung. Zitat Von ihrem Glauben wurde in der ganzen Welt gesprochen. Ende Zitat Und ihre Werke der Gerechtigkeit waren reichlich und in großer Zahl vorhanden. Doch in einer bösen Stunde fand das babylonische Element in ihrem Dienst Eingang und von da an wurde das, was als Segen gedacht war, in einen Fluch verwandelt. Statt die Menschen zu heiligen, ist es seitdem nur das Mittel, sie zu verderben und sie, Zitat zweimal mehr zu Kindern der Hölle, Ende Zitat, zu machen, als sie es gewesen wären, wären sie einfach nur sich selbst überlassen gewesen. Sollte jemand meinen, dass in einer apostolischen Rangfolge irgendeine verborgene und geheimnisvolle Kraft liegt, die durch das Papsttum kommt, so möge er ernsthaft über den wahren Charakter der eigenen Stände des Papstes und derer seiner Bischöfe und des Klerus nachdenken. Vom Papst an abwärts kann man zeigen, dass jetzt alle im Wesen babylonisch sind. Das Kardinalskollegium mit dem Papst an seiner Spitze ist lediglich die Kopie des heidnischen Priesterkollegiums mit seinem Pontifex Maximus bzw. oberen Priester an der Spitze, welches in Rom von frühester Zeit an existiert hatte und das sich bekanntermaßen nach dem Modell des großen Originalpriesterkollegiums in Babylon entwickelt hatte. Der Papst beansprucht heute die Oberhoheit in der Kirche als der Nachfolger Petri, von dem behauptet wird, dass ausschließlich ihm die Schlüssel des Himmelsreichs von unserem Herrn übergeben wurden. Doch hierin liegt die wichtige Tatsache, dass der Papst einen solchen Anspruch auf Vorrang oder etwas ähnliches aufgrund dessen, dass er der Besitzer der Petrus übergebenen Schlüssel sei, nie öffentlich geltend gemacht hatte, bevor er nicht den Titel erhielt, mit dem tausend Jahre lang die Kraft der Schlüssel des Janus und der Kibele verbunden waren. Erst im 2. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung wurde die Verehrung der Kibele unter diesem Namen in Rom eingeführt. Im 2. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung. Dieselbe Göttin wurde jedoch in Rom unter dem Namen Kardea mit der Macht des Schlüssels zusammen mit Janus lange Zeit vorher bereits schon verehrt. Allerdings legten die Bischöfe Roms doch sehr früh einen stolzen und ehrgeizigen Geist an den Tag. Doch während der ersten drei Jahrhunderte gründete sie ihr Anspruch auf höhere Ehre einfach auf die Würde ihres bischöflichen Stuhls, der ja derjenige der kaiserlichen Stadt war, der Hauptstadt, der römischen, der heidnischen Welt. Als jedoch der Sitz des Reiches in den Osten verlegt wurde und Konstantinopel drohte, Rom in den Schatten zu stellen, musste nach einem neuen Grund für die Aufrechterhaltung der Würde des Bischofs von Rom gesucht werden. Dieser neue Grund wurde gefunden, als um 378 der Papst die Schlüssel erbte, die die Symbole zweier bekannter heidnischer Gottheiten in Rom waren. Janus trug einen Schlüssel und Kibele trug einen Schlüssel. Und dies sind die zwei Schlüssel, die der Papst als Abzeichen seiner geistlichen Autorität stolz auf seinen Armen trägt. Dazu muss man sich ja nur mal die päpstliche Flagge anschauen. Diese zwei Schlüssel, die mit einer roten Leine miteinander verbunden sind, die das Blut darstellt. Aber in die Analyse der Vatikanflagge gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wie es dazu kam, dass der Papst schließlich als derjenige betrachtet wurde, der die Macht dieser Schlüssel ausübt, wird in der Folge klar werden. Deswegen machen wir die Lesung hier. Dass er aber zur erwähnten Zeit nach volkstümlicher Meinung zu dieser Macht berechtigt wurde, das ist gewiss. Als der Papst nun schließlich nach Ansicht der Heiden den Platz der Stellvertreter von Janus und Kebele eingenommen hatte und daher berechtigt war, ihre Schlüssel zu tragen, sah er, dass der Anblick dieser Schlüssel die Täuschung aufrechterhalten würde, wenn es ihm nur gelänge, den Christen glaubhaft zu machen, dass Petrus allein die Macht der Schlüssel hatte und dass er Petri Nachfolger war. Und so wäre, wenn auch die zeitliche Würde Roms als Stadt verging, seine eigene Würde als Bischof von Rom fester gegründet dann je. Man ließ einige Zeit verstreichen und dann, als das verborgene Wirken des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit den Weg dafür gebahnt hatte, machte der Papst zum ersten Mal öffentlich seine Vorrangstellung geltend, gegründet auf die Petrus verliehenen Schlüssel. Etwa um 378 kam er zu der Stellung, die ihm nach Ansicht der Heiden die Macht der erwähnten Schlüssel verlieh. Doch erst 431 erhob er öffentlich Anspruch auf die Schlüssel Petri. Nun, zum Nachweis, dass sein Anspruch erst 431 erhoben wurde, siehe Elliot, Band 3, Seite 139. Wer ist Elliot? Hier geht es um E.B. Elliotts Werk Horei Apocalyptice. Es ist ein Meisterwerk der endzeitlichen Studie der Apokalypse, kritisch und historisch. Es wurde geschrieben in 5 Editionen, die zwischen 1844 und 1862 erschienen, ist aber nur in Englisch verfügbar. Das ist ja nun mal nicht mein Fehler, dass es in Englisch so viel mehr protestantische Werke gibt als in Deutsch. Ich werde einen Link über Horei Apocalyptice in die Beschreibungsbox des Videos einfügen und dann könnt ihr, wenn ihr Englisch könnt, das gerne mal nachlesen. Gewiss ist dies ein ungewöhnlicher Zufall. Vielleicht fragt sich der Leser, wie es möglich war, dass Menschen einer solch grundlosen Anmaßung Glauben schenken konnten. Die Worte der Heiligen Schrift geben zu diesem Thema eine sehr ernste, doch befriedigende Antwort, wie wir im zweiten Brief der Thessaloniker Kapitel 2 in den Versen 7 bis 11 nachlesen können, die ich euch jetzt hier eben zitiere. Zitat aus der Bibel Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben. Ende Zitat Und ich muss eben doch nochmal auf dieses Zitat ein wenig eingehen. In Vers 7 lesen wir ja, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon in der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Am Anfang dieser Lesung habe ich ja gesagt, wenn wir die Bibel nicht hätten, dann wären wir alle verloren in der Lüge Roms. Da wir aber die Bibel haben, wissen wir, dass der, der jetzt aufhält, in der Zeit, in der dieses geschrieben wurde, eindeutig nur die heidnischen Cäsaren Kaiser Roms meinen kann. Einmal, wenn die aus ihrer Macht entlassen sind, aus welchem Grund auch immer, dann wird der Gesetzlobe so offenbart werden. Der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Antichrist. Und wann war das? Geschichtlich belegt. 476 nach Christus brach das römische Reich zusammen in zehn verschiedene Königreiche, unter anderem die Germanen, die gegen Rom gekämpft haben und nach dem Zusammenbruch, das ist eben das, was wir in Daniel lesen, wenn wir Daniel 2 lesen, mit der Statue, da geht es um die zehn Zehen in den Füßen, diese zehn Königreiche. Das ist genau der Zeitpunkt. Erst muss der, der jetzt aufhält, der Cäsar, aus dem Weg geschafft werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, der in der Zeit zwischen 476 und 538 immer mehr Macht erlang. Das kleine Horn, wie wir es auch kennen, das aus den zehn Hörnern hervorkommt, des letzten Biestes von Daniels Vorhersage, des letzten Tieres. Nochmals, schaut euch das Rathaus in Nürnberg an. Über den Eingängen gibt es vier Figuren. Die Figur des Löwens mit Nebukadnezzar als König von Babylon. Die Figur Medo-Persiens mit einem Medo-Persischen König, auf dessen Namen ich gerade jetzt nicht komme. Ich will nicht behaupten, dass es Xerxes ist. Dann das Biest des Leoparden mit Alexander dem Großen und zum Schluss ein undefinierbares Tier mit Zehnhörnern aus dessen Mitte ein kleines Horn wächst, das einen Mund wie ein Mensch und Augen wie ein Mensch hat und einen Mund der große Sprüche macht. Das ist der Antichrist. Das könnt ihr heute noch sehen. Wurde von den Reformatoren damals da gebaut. und heute weiß wie man so schön sagt kein Schwein mehr wofür das da überhaupt steht. Die Leute haben keine Ahnung weil sie sagen alle Geschichte wiederholt sich aber sie kennen die wirkliche Geschichte nicht und deswegen erkennen sie auch die Wiederholung nicht. Trotzdem fahren wir fort. Wenige Lügen könnten gröber sein doch wurde sie im Lauf der Zeit allmählich fast überall geglaubt und wie nun die Statue Jupiters in Rom als wahres Bild Petri verehrt wird habe ich ja schon früher darüber gesprochen dass diese Statue von Sankt Peter die im Petersdom im Vatikan steht eigentlich die Statue Jupiters ist die man aus dem Pantheon herüber geschafft hat so glaubte man Jahrhunderte hindurch andächtig die Schlüssel des Janus und der Kibele stellten die Schlüssel desselben Apostels dar während man die Leichtgläubigkeit der Christen hinsichtlich dieser Schlüssel als Sinnbilder für eine ausschließliche Macht die Christus dem Papst durch Petrus verliehen habe nur durch eine rechtliche Verblendung erklären kann ist nicht schwierig zu verstehen wie die Heiden sich umso bereitwilliger um den Papst schrachten als sie hörten dass er seine Macht auf den Besitz der Schlüssel des Petrus gründete die Schlüssel die der Papst trug waren tatsächlich die Schlüssel eines Petrus oder Peter der den in die Chaldäischen Mysterien eingeweihten Heiden wohl bekannt war es wurde wieder und wieder nachgewiesen dass es eine komplette Erfindung ist dass der Apostel Petrus jemals Bischofs Roms war es ist bestenfalls höchst zweifelhaft dass er Rom je betrat er war nie in Rom der Apostel Petrus Paulus war in Rom da will ich jetzt gar keine Diskussion drüber machen da könnte man mal eine eigene Sendung machen und ich plane schon längst im Englischen mal eine Vorlesung zu machen über Simon Peter und Simon Magus und vielleicht klingt das dem einen oder anderen Jahr bekannt könnt ihr dann ja mal folgen wenn ich da jemals zukomme diese Lesung endlich mal zu machen da wird es schon ziemlich deutlich hin über welchen Peter wir hier sprechen nun sein Besuch also der Apostel Petrus in dieser Stadt beruht auf keiner besseren Autorität als der eines Schriftstellers gegen Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrhunderts aha also so viel später weiß man erst oder will man erst gewusst haben dass Petrus in Rom war ja nämlich der Autor des Werkes die Clementiner der uns ernsthaft erzählt dass der Apostel anlässlich seines Besuchs dort auf Simon Magus traf den ich gerade eben erwähnt hatte und ihn aufforderte seine wunderbaren oder magischen Kräfte unter Beweis zu stellen woraufhin der Zauberer in die Luft flog und Petrus ihn in solcher Eile herunterholte dass er sich das Bein brach langsam fange ich schon wieder an an die Stelle zu kommen wo ich mich vor lachen kaum halten kann aber ich habe es ja vor gelesen ich habe da gelacht ihr könnt jetzt lachen alle Historiker von Rang und Namen haben diese Geschichte der apostolischen Begegnung mit dem Zauberer als bar jedes zeitgenössischen Beweises verworfen doch oder fallen oder zumindest als äußerst zweifelhaft betrachtet werden während dies jedoch bei dem christlichen Petrus der Fall ist ist es keineswegs zweifelhaft dass vor der christlichen Zeitrechnung tatsächlich ein Petrus in Rom war der die höchste Stelle in der heidnischen Priesterschaft einnahm der Priester der den eingeweihten die Mysterien erklärte esoterische Lehre die initiierten die eingeweihten wurde manchmal mit zeichnet nämlich Hierob Pfand in der frühen chaldäischen Sprache der wahren Sprache der Mysterien lautete sein Titel ohne Punkte ausgesprochen Peter das heißt Ausleger als offenbarer dessen was verborgen war war es das natürlichste der Welt dass man ihn während er die esoterische Lehre der Mysterien erschloss mit den Schlüsseln der zwei Gottheiten schmückte deren Mysterien er entfaltete so verstehen wir auch wie es kommen konnte dass die Schlüssel von Janus und Kybele als die Schlüssel des Peter bekannt wurden des Auslegers der Mysterien ja wir haben schwerwiegende Beweise dass in Ländern die weit voneinander entfernt und weit von Rom entfernt sind diese Schlüssel unter eingeweihten Heiden nicht nur als eloisianischen mysterien in Athen die Kandidaten für die Einweihung in der geheimen Lehre des Heidentums unterwiesen wurden wurde ihnen die Erklärung dieser Lehre aus einem Buch vorgelesen das von gewöhnlichen Schreibern das Buch Petroma genannt wird das ist so heißt es ein Buch aus Stein dies ist aber offensichtlich nur ein Wortspiel ganz im Sinne des gewöhnlichen Geistes des Heidentums, um das gewöhnliche Volk zu belustigen. Die Natur der Sache und die Geschichte der Mysterien zeigen gleichermaßen, dass dieses Buch kein anderes sein konnte als das Buch Pet Roma, das heißt Buch des großen Auslegers, mit anderen Worten Hermes Trismetiskus, des großen Auslegers der Götter. In Ägypten, woher die Religion Athens stammte, wurden die Bücher des Hermes als die göttliche Quelle aller wahren Erkenntnis der Mysterien betrachtet. Daher bewunderte man Hermes in Ägypten als eben diesen großen Ausleger oder Petar Roma. Es ist bekannt, dass Hermes in Athen exakt die gleiche Stellung einnahm und natürlich in der heiligen Sprache unter derselben Bezeichnung bekannt gewesen sein muss. So musste der Priester, der im Namen des Hermes die Mysterien erklärte, nicht nur mit den Schlüsseln des Peter geschmückt worden sein, sondern mit denen des Peter Roma. Und hier beginnt das berühmte Buch aus Stein in einem neuen Licht zu erscheinen. Und nicht nur das, sondern es wirft auch ein neues Licht auf einen der dunkelsten und verwirrendsten Abschnitte päpstlicher Geschichte. Aufrichtigen historischen Forschern war es immer ein Rätsel, wie es je geschehen konnte, dass der Name Petri mit Rom derart assoziiert wird, wie es vom vierten Jahrhundert an der Fall ist. Wie so viele Menschen in verschiedenen Ländern dazu gebracht wurden, zu glauben, dass Petrus, der ein Apostel der Beschneidung war, von seinem göttlichen Auftrag abfiel und Bischof einer heidnischen Kirche wurde und dass er der geistliche Führer in Rom war, wo doch kein zufriedenstellender Nachweis gefunden werden konnte, dass er überhaupt jemals in Rom war. Doch das Buch von Peter Roma erklärt, was sonst völlig unerklärlich ist. Ihr seht, Bücher lesen hilft. Das Vorhandensein eines solchen Titels war zu wertvoll, als dass ihn das Papsttum übersehen konnte und entsprechend seiner gewöhnlichen Politik würde es ihn ganz sicher zu seiner eigenen Erhöhung verwenden, wenn es dazu die Gelegenheit hätte. Und diese Gelegenheit hatte es. Wenn der Papst in enge Beziehung zum heidnischen Priestertum käme, wie es auch tatsächlich geschah, wenn sie schließlich, und wir werden sehen, dass dem so war, unter seine Kontrolle kämen, was wäre dann natürlicher, als zu versuchen, nicht nur Heidentum und Christentum in Einklang miteinander zu bringen, Kompromisse zu schließen, Kompromisse der Christen, sondern es so darzustellen, dass der heidnische Peter Roma mit seinen Schlüsseln Peter von Rom bedeutete und dass dieser Peter von Rom eben der Apostel war, dem der Herr Jesus Christus die Schlüssel des Himmelreichs gab. Daher wurden also allein durch den ähnlichen Klang von Wörtern völlig unterschiedliche Personen und Dinge miteinander vermischt und Heidentum und Christentum durcheinander geworfen, um den hohen Ehrgeiz eines bösen Priesters zu befriedigen. Und so war für die geblendeten Christen des Abfalls der Papst, der Vertreter von Petrus, dem Apostel, während er für die eingeweihten Heiden nur der Vertreter von Peter war, dem Ausleger ihrer bekannten Mysterien. Der Papst war also die deutliche Entsprechung zu Janus, dem Zweigesichtigen. Welch ein Gewicht liegt doch in der Bedeutung des Ausdrucks der Schrift auf das Papsttum angewendet. Zitat Geheimnis der Bosheit. Ende Zitat Nun hat der Leser oder der Zuhörer, Zuschauer hier genügend Hintergrund, um zu verstehen, wie es kommt, dass der große Staatsrat des Papstes, der ihm in der Leitung der Kirche beisteht, als Kardinalskollegium bezeichnet wird. Der Begriff Kardinal leitet sich ab von Kardo, das heißt Türangel oder Scharnier. Janus, dessen Schlüssel der Papst trägt, war der Gott der Türen und Scharniere und wurde Patulzius und Klusius genannt, Öffner und Schließer. Dies hatte eine lästerliche Bedeutung, denn er wurde in Rom als der große Mittler verehrt. Wie wichtig auch die Angelegenheit war, die man hatte, welche Gottheit auch angerufen werden musste. Zuallererst musste ein Bittgebet an Janus gerichtet werden, der als Gott der Götter anerkannt war, in dessen geheimnisvoller Gottheit sich die Geeigenschaften von Vater und Sohn vereinigten und ohne den kein Gebet erhört, die Himmelstür nicht geöffnet werden konnte. Die Verehrung eben dieses Gottes herrschte so außerordentlich in Kleinasien vor, als unser Herr durch seinen Knecht Johannes die sieben apokalyptischen Botschaften an die Gemeinden dieses Gebietes sandte. Darum lesen wir in einer dieser Botschaften, wie er still den Tadel ausspricht, dass seine eigene Würde dieser Gottheit zugeschrieben wird und wie er sein ausschließliches Anrecht auf das Hoheitsrecht geltend macht, das gewöhnlich seinem Rivalen zugesprochen wird. Wir lesen dazu in Offenbarung 3, Vers 7, Zitat, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt und zuschließt, dass niemand öffnet, Ende Zitat. Diesen Janus als Mittler nun, verehrt in Kleinasien und schon seit sehr früher Zeit auch in Rom, gehörte die Herrschaft über die Welt und alle Macht im Himmel, in der Erde und im Meer, wurde entsprechend heidnischer Vorstellungen auf ihn übertragen. Aufgrund heidnischer Vorstellungen wurde ihm das untertragen. Wenn die Christen sich dem anschließen, dann begehen sie einen Abfall, von dem in der Bibel ja gerade eben auch in Philadelphia hier gesprochen war. In dieser Eigenschaft hatte er angeblich Ius vertendi cardinis inne, das ist die Macht, das Scharnier zu drehen, die Türen des Himmels zu öffnen oder die Tore des Friedens oder des Krieges auf Erden zu öffnen oder zu schließen. Ja, da kommt gleich noch ein Kommentar von mir. Daher übernahm der Papst, als er sich als Hohepriester des Janus ausgab, auch das Ius vertendi cardinis, die Macht, das Scharnier zu drehen, zu öffnen und zu schließen, im gotteslästerlichen, heidnischen Sinne. So, was hat denn Jörg jetzt dahin, zu damit oder dazu zu sagen? Wir finden das auch heute bestätigt, in der Tatsache, dass der Papst beschließt, wo Krieg ist und wo Frieden herrscht. Er herrscht über die Könige der Welt und die Präsidenten und damit bestimmt er, welche Armeen wann und wo eingesetzt werden. Der Vatikan muss keine eigenen Armeen haben, wenn er die Armeen der Welt befehligt. So, jeder, der jetzt daran zweifelt, was ich hier sage, und der kann Englisch, der muss das Buch The Global Vatican lesen, das Tom Fress in Inquisition Update letztes Jahr gelesen hat. Da diskutiere ich noch nicht mal drüber. Das ist so deutlich aus dem Munde des Malteserritters Francis Rooney in dem Buch gesagt, dass man da überhaupt nicht zweifeln kann. Und wie es in der Bibel steht, wer Ohren zum Hören und Augen zum Sehen habe, der wird das auch so sehen, dass der Vatikan alle Armeen der Welt befähigt. Der Stellvertreter Satans auf Erden führt die Kriege, Stellvertreterkriege, die nur eines zum Ziel haben. Die Vernichtung des Wortes Gottes auf Erden, so dass Satan als Gott der Erde angebetet werden kann, was sein Ziel ist, wie wir in Jesaja 14 nachlesen können. Zitat Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ende Zitat aus der Deutschen Bibel Wieder einmal, Entschuldigung, ist hier die King James Bibel expliziter mit der fünfmaligen Erwähnung des Wortes Ich. Die Zahl 5 ist sehr wichtig, auch wenn man das Pentagramm zu verstehen versucht. Deswegen ist es im Original Hebräischen, wie im Englischen in der King James übersetzt, fünfmal Ich. Und ich lese jetzt mal eben das Englische vor. Wenn ihr gut zuhört, auch wenn nicht viel Englisch versteht, das kann man verstehen. Zitat How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high. Ende. Zitat Es geht um Anbetung und um nichts anderes. Satan will als Gott angebetet werden und damit Gott von seinem Thron stürzen, wie er aus dem Himmel gestürzt wurde, wegen seiner Rebellion. Und jetzt erzählt mir noch mal, der siebte Tag der Woche, der von Gott erlassene Sabbat, sei nicht mehr gültig. Wer das behauptet, betet eben nicht den Gott der Schöpfung an, sondern den, der ihn ersetzen will. Fahren wir in dem Buch fort. Langsam und vorsichtig wurde seine Macht zunächst geltend gemacht, doch nachdem das Fundament gelegt war, wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert der große Oberbau priesterlicher Macht darauf errichtet. Die Heiden, die sahen, welch große Schritte unter päpstlicher Führung das Christentum, wie es sich in Rom nannte, in Richtung Heidentum machte, stellten mehr als zufrieden fest, dass der Papst diese Macht besaß. Sie ermutigten ihn frohgemut, Schritt für Schritt zur vollen Höhe der lästerlichen Ansprüche aufzusteigen, die für den Vertreter des Janus angemessen waren. Ansprüche, die, wie jedermann weiß, jetzt durch eine einmütige Zustimmung des westlichen abgefallenen Christentums als dem Amt des Bischofs von Rom innewohnend anerkannt werden. Das Wachsen des kleinen Hornes aus der Mitte der Zehnhörner des letzten Tieres aus Daniels Prophezeiung. Um jedoch den Papst zu befähigen, zur ganzen Fülle der Macht zu gelangen, die er jetzt beansprucht, war die Zusammenarbeit anderer nötig. Als seine Macht zunahm, als seine Herrschaft sich ausdehnte und besonders nachdem er ein zeitlicher Herrscher geworden war, wurde der Schlüssel des Janus zu schwer für seine Hand allein. Er brauchte jemanden, der die Macht des Scharniers mit ihm teilte. Daher erhielten seine geheimen Räte, seine hohen Staatsfunktionäre, die mit ihm an der Regierung der Kirche und der Welt teilhatten, den wohlbekannten Titel Kardinäle, Priester des Scharniers. Diesen Titel hatten vorher die hohen Beamten des römischen Kaisers inne, der als Pontifex Maximus selbst der Stellvertäter des Janus war und seine Macht an seine eigenen Diener delegierte. Wer hat denn heute den Titel Pontifex Maximus inne? Selbst unter der Regierung von Theodosius, dem christlichen Kaiser Roms, wurde der Titel Kardinal von seinem Premierminister getragen. Heute aber wird der Name sowie die in den Namen inbegriffene Macht schon lange nicht mehr für die bürgerlichen Funktionäre zeitlicher Herrscher verwendet und man kennt unter dem Titel Kardinäle oder Priester des Scharniers nur noch die, die dem Papst helfen, den Schlüssel des Janus beim Öffnen und Schließen zu handhaben. Ich sagte, dass der Papst der Stellvertreter des Janus wurde und der offensichtlich kein anderer war als der babylonische Messias. Wenn der Leser nun die lästerlichen Anmaßungen des Papsttums überdenkt, wird er sehen, wie exakt es sein Original kopiert hat. In den Ländern, in denen das babylonische System am gründlichsten entwickelt war, war der oberste Priester des babylonischen Gottes mit eben den Eigenschaften ausgestattet, die jetzt dem Papst zugeschrieben werden. Wird der Papst Gott auf Erden, Vize-Gott und Stellvertreter Jesu Christi genannt? Hallo? Heute? 2016? Der König in Ägypten, der oberste Priester war, wurde, so Wilkinson, mit der höchsten Ehrerbietung als der Stellvertreter der Gottheit auf Erden betrachtet. Ist der Papst unfehlbar? Und prahlt die Kirche Roms infolgedessen damit, dass sie immer unverändert und unveränderlich war? Na, wie oft habe ich das nicht schon gesagt? Rom verändert sich nie? Ein Leopard verändert auch seine Flecken nicht? Rom verändert sich nie? Die Veränderung kommt nur daher, dass den Protestanten und anderen Religionen, nenne ich es mal, Kompromisse aufgezwungen werden. Nur dann kann man alles zu einem vereinen. E pluribus unum aus vielen eins. Genau so war es mit dem chaldäischen Pontifex und dem System, dem er vorstand. Der eben zitierte Schreiber, also Wilkinson, sagt, man glaubte, der oberste Pontifex sei unfähig, Fehler zu machen. Und in Folge dessen gab es den größten Respekt vor der Heiligkeit aller Edikte. Zweifellos liegt hier auch der Ursprung des Brauchs, dass die Gesetze der Meder und Perser nicht geändert werden konnten. Das lesen wir ja auch in dem Buch Daniel. Und noch eine andere Sache, die ich hier eben zu bedenken gebe. Das Buch wurde geschrieben 1853. Erst auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870, als das Buch schon längst erschienen war, wurde die Unfehlbarkeit des Papstes römisch-katholische Doktrin nach außen. Nach innen war es das schon immer. Aber in dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1870 unter Pio IX, Papst Pius IX, wurde der Papst für unfehlbar erklärt, wenn er Ex-Kathedra spricht, also von seinem Thron, wenn er über Glauben und Moral spricht. Nur mal eben hier eingeworfen. Ich kann ja nicht jeden Kommentar vorbereiten, das muss ich jetzt mal ebenso mit einwerfen. Wird dem Papst die Verehrung der Kardinäle entgegengebracht? Der König Babylons als oberster Pontifex wurde in ähnlicher Weise verehrt. Jetzt gehen wir nochmal eben in eine Fußnote von Alexander hinein. Aus den Aussagen von Leod geht hervor, dass auch der König Assyriens immer vergessen, Assyrien und Babylon ist dasselbe, dass auch der König Assyriens das Babylon einschloss, ebenso wie der König Ägyptens das Haupt der Religion und des Staates war. Dann gibt es Beweise dafür, dass er angebetet wurde. Auf heiligen Bildnissen wird dargestellt, wie er angebetet wird, was nicht der Fall hätte sein können, wenn seine eigenen Untertanen nicht in dieser Weise ihre Huldigung zum Ausdruck brächten. Auch die von Alexander dem Großen beanspruchte Anbetung kam offenbar aus dieser Quelle. Alexander der Große Griechenland das Tier vor Rom. Es geschah direkt in Nachahmung der den persischen Königen gezollten Anbetung, dass er solche Huldigung forderte. Quintus Kurtius sagt, Zitat, Zitat Ende. Das heißt, die persischen Mazedonier wollten ehrerbietig und zugrüßen ihn, sich auf dem Boden niederwerfend. Von Xenophon haben wir den Nachweis, dass dieser persische Brauch aus Babylon kam. Als Zyrus nach Babylon kam, bezeugten ihm die Perser zum ersten Mal ihre Huldigung durch Anbetung, denn davor, so Xenophon, hatte keiner der Perser Zyrus Anbetung zukommen lassen. In Babylon versuchte der König Nebukadnessar doch genau dasselbe. Anbetung zu erzwingen, das lesen wir doch im dritten Kapitel von Daniel. Als Babylon fiel, wurde dies im folgenden dem silbernen Königreich der Meder und Perser, wie wir gerade gelesen haben, vollbracht. Babylon musste fallen, weil in Babylon wurde der König noch nicht als Gottheit angebetet. In Meder Persien wohl. Der Abfall schreitet eben auch immer weiter fort. Alexander fährt fort in der Mitte von Seite 194. Wird von Königen und Botschaftern gefordert, den Pantoffel des Papstes zu küssen? Auch dies wurde von demselben Muster kopiert, denn Professor Gaußen zitiert Strabo und Herodot und sagt, Zitat, die Könige Kaldäas trugen an ihren Füßen Pantoffeln, die die Könige, die sie eroberten, zu küssen pflegt. Ende Zitat Wird der Papst mit dem Titel Eure Heiligkeit angesprochen? So war es auch beim heidnischen Priester Roms. Der Titel scheint allen Priestern gemein gewesen zu sein. Symmachus, der letzte heidnische Stellvertreter des römischen Kaisers als oberster Priester sagte zu einem seiner Kollegen oder Mitpriester über einen Beförderungsgrad, den er gerade erlangen sollte, Zitat, Ich höre, dass nach dem heiligen Schrifttum Eure Heiligkeit ausgerufen werden soll. Ende Zitat Die Schlüssel Petri wurden jetzt ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Der Stuhl Petri muss den gleichen Weg wie sie gehen. Dieser berühmte Stuhl kam aus der gleichen Ecke wie die Kreuzschlüssel. Der gleiche Grund, der den Papst dazu brachte, die kaldäischen Schlüssel zu übernehmen, führte natürlich auch dazu, dass er den leeren Stuhl des heidnischen Pontifex Maximus in Besitz nahm. Da der Pontifex Kraft seines Amtes der Hierophant oder Ausleger der Mysterien war, war sein Amtsstuhl ebenso berechtigt Stuhl des Peter zu heißen, wie die heidnischen Schlüssel Schlüssel des Peter und dementsprechend wurde er auch so genannt. Die wahre Herkunft des fast überall berühmten Stuhles Petri geht aus folgender Tatsache hervor, Zitat So Bauer Die Römer hatten, sagt er, wie sie bis ins Jahr 1662 dachten, einen bedeutungsvollen Beweis, nicht nur dafür, dass Petrus ihren Stuhl aufgestellt hatte, sondern auch dafür, dass er selbst darauf gesessen hatte. Denn bis zu diesem Jahr wurde eben dieser Stuhl, auf dem er saß, wie sie glaubten oder andere Glauben machen wollten, am 18. Januar dem Fest des besagten Stuhls der öffentlichen Anbetung vorgeführt und gezeigt. Aber während man ihn säuberte, um ihn an einem Platz des Vatikan aufzustellen, an dem man ihn gut sehen konnte, kamen unglücklicherweise die zwölf Arbeiten des Herkules darauf zum Vorschein. Und so musste er beiseite gestellt werden. Die Parteigänger des Papstums waren durch diese Entdeckung nicht wenig aus der Fassung gebracht, aber sie versuchten der Sache das bestmögliche Gewand umzuhängen. Unsere Verehrung, so sagte Giacomo Bartolini in seinem Buch Sacred Antiquities of Rome in einem Bericht über die Umstände der Entdeckung, war nicht fehlgeleitet, denn wir zollten sie nicht dem Holz, sondern dem Fürsten, der Apostel, dem heiligen Petrus. Von dem man annahm, dass er darauf gesessen hatte. Was auch immer der Leser oder der Zuhörer von dieser Entschuldigung für die Verehrung des Stuhls denken mag, sicher wird er zumindest bemerken, wenn er dabei auch das bedenkt, was bereits gesagt wurde, dass die altersgraue Farbe vom Stuhl Petri ziemlich Pech gehabt zu haben. Auch nachdem nämlich der Stuhl mit den zwölf Arbeiten des Herkules für unbrauchbar erklärt und verworfen worden war, da er dem Licht nicht widerstehen konnte, der Wahrheit, die das Licht ist, so dass die Reformation auf die Dunkelheit des heiligen Stuhls geworfen hatte, brachte derjenige, den man als Ersatz wählte, schließlich in noch lächerlicher Weise die frechen Betrügereien des Papsttums ans Licht. Dem einen Betrug folgt der nächste. Ich kann euch das sagen, der Papst tut nichts anderes als zu belügen. Der alte Stuhl war von den Heiden übernommen worden, der nächste scheint den Moslems entwendet worden zu sein. Denn als die französischen Soldaten und der General Bonaparte im Jahre 1795 Rom in Besitz nahm, kurz bevor Berthier 98 den Papst verhaftete, fanden sie an dessen Rückseite in arabischer Sprache jenen wohlbekannten Satz des Korans, Zitat, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Ende Zitat. Das ist also der heilige Stuhl Petrus, ja? Der Papst hat nicht nur einen Stuhl auf dem er sitzt, sondern auch einen Stuhl, auf dem er getragen wird, da gibt's ein schönes Bild, das werde ich hier mal einblenden, in Prunk und Pracht auf Männerschultern, wenn er St. Peter oder einer anderen Kirche Roms einen Besuch abstattet. So so beschreibt ein Augenzeuge einen Festzug am Tag das Herrn im Hauptquartier des päpstlichen Götzendienstes Entschuldigung Jörg Jörg Zitat Man konnte draußen hören, wie die Trommeln geschlagen wurden. Die Gewehre der Soldaten klirrten auf dem Straßenpflaster des Hauses Gottes, als sie die Waffen auf den Befehl ihres Offiziers auf den Boden stellten, an die Schulter legten und den Anschlag brachten. Wie anders ist der Sabbat? Wie anders Religion? Hallo? Nicht Religion, aber der Glaube an den einen und wahren Gott der Bibel, der keine Religion ist? Wie anders die angemessene Vorbereitung darauf, einen Diener des demütigen und bescheidenen Jesus zu empfangen? Zwischen den zwei Reihen bewaffneter Soldaten bewegte sich langsam eine lange Prozession von Geistlichen, Bischöfen, Domherren und Kardinälen herauf, die dem römischen Pontifex vorangingen, welcher auf einem vergoldeten Stuhl getragen wurde, gekleidet in Gewänder, so leuchtend wie die Sonne. Seine Träger waren zwölf karmesinrot gekleidete Männer, denen mehrere Personen direkt vorangingen, die ein Kreuz, seine Mitra, seine dreifache Krone, also Tiara, und andere Insignien seines Amtes trugen. Während er auf den Schultern von Männern mitten durch die gaffende Menge getragen wurde, wurde sein Haupt durch zwei enorme Fächer aus Pfauenfedern beschirmt oder überdacht, die von zwei Aufsehern getragen wurden. Ende Zitat. Und die Pfauenfedern haben auch eine geheime Bedeutung. Aber ihr könnt ja auch mal selbst nachforschen, ich muss ja nicht alles erzählen. Das ist der Fall beim obersten Pontifex Roms heute, nur, dass häufig zusätzlich zu der Tatsache, dass er durch den Fächer beschirmt wird, der der mystische Fächer des Bachus ist, sein Staatsstuhl auch von einem richtigen Baldachin überdacht ist. Nun wollen wir einen Blick 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit werfen und sehen, wie der oberste Pontifex von Ägypten gewöhnlich dem Tempel seines Gottes einen Besuch abstattete. Es schreibt Wilkinson, Zitat, Als er den Bezirk des Tempels erreicht hatte, betraten die Wachen und königlichen Aufseher, die als Vertreter des gesamten Heeres ausgewählt wurden, den Platz. Militärkapellen spielten seine Lieblingsmelodien äh, Entschuldigung, Militärkapellen spielten die Lieblingsmelodien des Landes und die zahlreichen Standarten der verschiedenen Regimente, die im Wind flatternden Banner, der helle Glanz der Waffen, die ungeheure Menge von Menschen und die eindrucksvolle Majestät der erhabenen Türme der Propyläen, geschmückt mit ihren hellfarbigen Flaggen, die über das Gesims flatterten, boten eine Szene, die wohl selten zu irgendeiner Gelegenheit in irgendeinem Land ihresgleichen finden mag. Das auffälligste Merkmal dieser pompösen Zeremonie war das Gefolge des Monarchen, der entweder von den wichtigsten Beamten des Staates auf einem Staatsstuhl unter einem prächtigen Baldachin getragen wurde oder zu Fuß ging, beschirmt durch prächtige Wedel und Fächer aus schwingenden Federn. Ende Zitat. Unter Abbildung 47 ist als Holzschnitt der mittlere Teil einer der Tafeln Wilkinsons zu sehen, die einer solchen ägyptischen Prozession gewidmet ist, damit der Leser mit eigenen Augen sehen kann, wie exakt das Heidnische mit dem sehr bekannten Bericht des päpstlichen Zeremoniells übereinstimmt. Ich verweise hier nochmal auf die Lesung des letzten Teils von Kapitel 5 mit der Erklärung des Kreuzes, wo die Abbildung auch schon gezeigt wurde, weil man eben deutlich das Kreuz in der rechten Hand des Königs hier in der Abbildung 47 Soviel zum Stuhl und zu den Schlüsseln Petri. Janus, dessen Schlüssel der Papst zusammen mit dem seiner Frau oder Mutter Kibbele an sich riss, war auch Dagon. Janus, der zweiköpfige Gott, der in zwei Welten gelebt hatte, war die babylonische Gottheit als Inkarnation Noas. Dagon, der Fischgott, stellte diese Gottheit als Erscheinung desselben Patriarchen dar, der so lange in den Wassern der Sillenflut gelebt hatte. Wie der Papst den Schlüssel des Janus trägt, trägt er auch die Mitra Dagon. Die Ausgrabungen von Nineveh stellen dies völlig außer Zweifel. Die päpstliche Mitra unterscheidet sich grundlegend von der Kopfbedeckung Aarons und der jüdischen Hohepriester. Diese Kopfbedeckung war ein Turban. Die zweispitzige Mitra, die der Papst trägt, wenn er am Hochaltar Rom sitzt und die Verehrung der Kardinale entgegen nimmt, ist genau die von Dagon getragene Mitra, dem Fischgott der Philister und Babylonia. Dagon Dagon wurde früher auf zwei Arten dargestellt. Zum einen wurde er halb als Mensch, halb als Fisch dargestellt, wobei die obere Hälfte völlig menschlich war und die untere Hälfte in einem Fischschwanz endete. Zum anderen, um die Worte Layards zu benutzen, war es so, Zitat, Der Kopf des Fisches bildete über dem des Mannes eine Mitra, während sein schuppiger, fächerartiger Schwanz wie ein Mantel nach hinten fiel, wobei die menschlichen Glieder und Füße frei blieben. Von Dark on in dieser Gestalt zeigt Layard in seinem letzten Band eine Darstellung, die auch hier abgebildet werden soll. In Abbildung 48 seht ihr das in dem Video eingeblendet. Und niemand, der seine Mitra untersucht und sie mit der des Papstes vergleicht, wie sie in Elliot's Werk Horei Apokalyptice abgebildet ist, kann auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass die päpstliche Mitra nur aus dieser Quelle stammen kann. Das klaffende Fischmaul auf dem Kopf des Mannes zu Nineveh ist das unmissverständliche Gegenstück zu den Spitzen der Mitra des Papstes zu Rom. So war das im Osten mindestens 500 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Das gleiche scheint auch in Ägypten der Fall gewesen zu sein, denn Wilkinson spricht von einem Fisch in der Art des Silur und sagt Zitat dass einer der Schutzgeister des ägyptischen Pantheon in einer menschlichen Gestalt erscheint mit dem Kopf des Fischs Ende Zitat Im Westen gibt es zu einer späteren Zeit den Nachweis dass die Heiden die Fischkopf Mitra vom Körper des Fischs losgelöst hatten und diese Mitra alleine verwendeten um das Haupt des großen Mittlergottes zu schmücken Auf verschiedenen Maltesischen Heidnischen Münzen Maltesisch Der Papst trägt immer das Malteserkreuz auf seiner Kleidung Auf verschiedenen Maltesischen Heidnischen Münzen wird dieser Gott mit den wohlbekannten Merkmalen des Osiris nämlich nur mit der Mitra auf seinem Kopf und sonst nichts vom Fisch dargestellt in der Abbildung 49 sehen wir das auf der linken Seite und zur rechten kommen wir sofort wirklich fast in der gleichen Art wie die Mitra des Papstes oder eines päpstlichen Bischofs unserer Tage selbst in China und das ist halt auf der rechten Seite hatte die gleiche Praktik die Fischkopf Mitra zu tragen offensichtlich einst vorgeherrscht denn das exakte Gegenstück zur päpstlichen Mitra das vom chinesischen Kaiser getragen wird ist bis in unsere Zeit erhalten geblieben also 1850er Jahre heute da spreche ich nicht drüber 2016 fragt ein belesener Autor unserer Zeit in einem persönlichen Gespräch mit mir Zitat ist bekannt dass der Kaiser von China zu allen Zeiten auch heute noch als hohe Priester des Volkes einmal im Jahr für die ganze Nation betet und sie segnet während er seine priesterlichen Kleider anhat und seine Mitra auf dem Kopf trägt die gleiche genau die gleiche wie sie von dem römischen Pontifex seit nahezu 1200 Jahren getragen wird das ist eine Tatsache Ende Zitat und aus diesem Zitat sehen wir hier wieder einmal wie die Bibel als Grundlage dieses Abfalls dient denn der hohe Priester Israels ging auch einmal im Jahr für die Sünden des ganzen Volkes in das Heiligste des Heiligen für die Vergebung der Sünden es ist immer der kleine Krümel Wahrheit bedeckt unter dem Haufen der Lügen der den wirklichen Ursprung erklärt Nun zum Nachweis dieser Aussage findet sich nebenstehend also jetzt im Video eingeblend das Bild der Kaiserlichen Mitra in der Abbildung 50 das die original getreue Nachbildung der päpstlichen Bischofs Mitra in Vorderansicht ist Man muss sich vor Augen führen dass sogar in Japan noch weiter von Babel entfernt als schon China eine der Gottheiten mit dem gleichen Machtsymbol dargestellt wird wie es in Assyrien maßgebend war nämlich den Stierhörnern und Ochsenköpfiger Fürst des Himmels genannt wird Wenn man schon das Symbol Nimrod als Kronos des Gehörnten so in Japan findet kann es nicht überraschen in China auf das Symbol Dagon zu stoßen Es gibt jedoch ein weiteres Symbol der Macht des Papstes was nicht übersehen werden darf und zwar den bischöflichen Krummstab Woher kommt der Krummstab Die Antwort darauf lautet an erster Stelle dass der Papst in dem römischen Augur Stahl Wer klassische Literatur liest wird sich erinnern dass es ein bestimmtes Instrument gab mit dem die römischen Auguren unbedingt ausgestattet sein mussten wenn sie den Himmel befragten oder ausgehend vom Aussehen des Himmels Vorhersagen machten Dieses Instrument mit dem sie den Teil des Himmels beschrieben wird über ihre Beobachtung an dieses Instrument mit dem sie den Teil des Himmels beschrieben über den sie ihre Beobachtung an stellten waren einem Ende gekrümmt und wurde Lituus genannt Der Lituus oder Krummstab der römischen Auguren entsprach dem bischöflichen Krummstab so exakt dass selbst römisch-katholische Schreiber im Mittelalter zu einer Zeit als man Verschleierung für unnötig hielt das war die Zeit vor dem Protestantismus weil die Menschen kannten ja nur die Lüge da muss man sie auch nicht verschleiern weil es die Bibel damals eben noch nicht gab nicht zögert den Begriff Lituus als Synonym für den Krummstab zu verwenden so beschreibt ein päpstlicher Schreiber einen gewissen Papst oder päpstlichen Bischof als Mitra Lituoke Decorus geschmückt mit der Mitra und dem Augurenstab was bedeutet dass er geschmückt mit der Mitra und dem Krummstab war doch dieser Lituus oder Weissagungsstab der römischen Auguren war und das ist gut bekannt von den Etruskern übernommen worden die ihn wiederum zusammen mit ihrer Religion von den Assyrern abgeschaut hatten und nicht vergessen Assyrien steht immer auch für Babylon von Rom nach Babylon heißt das hier wie sich der römische Augur durch seinen krummen Stab auszeichnete so waren auch die khaldeischen Wahrsager und Priester bei der Ausübung ihrer magischen Riten im Allgemeinen mit einem Krummstab ausgestattet die Spur dieses Zauberstabs kann man direkt bis zum ersten König Babylons zurückverfolgen Nimrod der nach Aussage von Berosos der Erste war der den Titel des Hirtenkönigs trug im Hebräischen oder Khaldeischen der Zeit Abrahams heißt Nimrod einfach Heroe und von diesem Titel des gewaltigen Jägers vor dem Herrn stammt zweifellos die englische Bezeichnung für Held Hero als auch all jene Heldenverehrung die seitdem die ganze Welt überflutet Es ist gewiss dass Nimrods zu Göttern erhobene Nachfolger allgemein mit dem Krummstab dargestellt wurden Das war in Babylon und Niniveh der Fall wie es die vorhandenen Denkmäler zeigen Das Bild aus Babylon die eingebildete Abbildung 51 hier zeigt den Krummstab in seiner einfacheren Gestalt Bei Layard kann man ihn in einer reicher geschmückten Art finden die fast dem päpstlichen Krummstab gleicht wie er heutzutage gebraucht wird Das war in Ägypten der Fall nachdem die babylonische Macht dort errichtet war wie es die Statuen des Osiris mit seinem Krummstab bezeugen Wobei Osiris häufig selbst als Krummstab mit einem Auge daran dargestellt wurde Hier muss ich nochmal eben in eine kleine Fußnote Eintauch Der wohlbekannte Name Pharao Der Titel der Priesterkönige Ägyptens ist lediglich die ägyptische Form des hebräischen Heroe Pharao im ersten Buch Mose heißt ohne Punkte Feroe Fee ist der ägyptische bestimmte Artikel Die Ägypter verabscheuten nicht Hirtenkönige sondern Roizan Viehhirten wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 46 Vers 34 nachlesen können Ohne den Artikel ist Roi Hirte offenkundig der Ursprung des französischen Roi König Roi schreibt man das Roi Daher auch das englische Adjektiv Royal und von Ro was als Hirte handeln bedeutet und häufig Reck ausgesprochen wird mit Beifügung von S H was Derda ist oder Derda tun heißt kommt Rega der als Hirte handelt woher das lateinische Rex und das englische Regal kommen aber wir fahren in dem Buch fort das ist bei den Schwarzen in Afrika der Fall also wo Osiris selbst als Krummstab mit einem Auge daran dargestellt wurde das ist bei den Schwarzen in Afrika der Fall deren Gott der Fetisch in Gestalt eines Krummstabs dargestellt wird wie aus folgenden Worten Hertz hervorgeht Zitat Sie stellen Fetische vor ihre Türen und diese Titular Gottheiten sind in Gestalt von Haken oder Enterhaken gemacht die wir im Allgemeinen verwenden um unsere Obstbäume zu schütteln Ende Zitat Das Das ist heute im Tibet der Fall wo die Lamas oder Teros einen Krummstab als Zeichen ihres Amtes tragen wie durch den Jesuiten Hak dargelegt Das ist selbst im entfernten Japan der Fall wo wir in einer Beschreibung der Götzenbilder des großen Tempels von Miyako der geistlichen Hauptstadt diese Aussage finden Zitat Ihre Häupter sind mit Strahlen der Herrlichkeit geschmückt und einige von ihnen haben Hirtenstäbe in ihren Händen was darauf hinweist dass sie die Hüter der Menschheit sind entgegen aller Ränke böser Geister Ende Zitat Der Krummstab des Papstes nun den er als Wahrzeichen seines Amtes als der große Hirte der Schafe trägt ist nicht mehr und nicht weniger als der Krummstab des Auguren oder der Zauberstab der Priester Nimrods Was sagen nun die Verehrer der Apostolischen Erbfolge zu alledem Was denken sie jetzt über ihre Stände von denen sie behaupten dass sie von Peter von Rom stammen Gewiss haben sie guten Grund stolz auf sie zu sein Doch ich frage weiter Was würden selbst die alten heidnischen Priester sagen die die Bühne der Zeit verließen während die Märtyrer immer noch gegen ihre Götter kämpften und statt ihnen zu huldigen ihr Leben nicht liebten bis hin zum Tode wenn sie des gegenwärtigen Anblicks der sogenannten Kirche der europäischen Christenheit gewahr würden Was würde Bels Hazar selbst sagen wenn es ihm möglich wäre das Aufleuchten des Mondes wieder zu besuchen St. Peter in Rom zu betreten und den Papst in seinen Pontifikalien in all seinem Prunk und seiner Herrlichkeit zu sehen Sicherlich würde er schließen dass er nur einen seiner eigenen ihm gut bekannten Tempel betreten hatte und alles so weiter lief wie es in Babylon in jener denkwürdigen Nacht war als er mit erstauntem Blick die Handschrift an der Wand sah Mähne Mähne Tekel Ufachsinn und das beschließt Abschnitt 1 in Kapitel 6 religiöse Stände in dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop über den obersten Pontifex den Pontifex Maximus als oberster ist er eben der Pontifex Maximus Titel des Papstes Entschuldigung ich bin ein bisschen über eine Stunde rüber gegangen aber ich hatte keine Lust dieses interessante Thema zwischendurch abzuschneiden das schien mir zu interessant um das in einem Stück durchzulesen und jetzt habt ihr eine ganze Menge um drüber nachzudenken selber nachzulesen selber nochmal das zu reflektieren im Geiste was ich da jetzt vorgelesen habe und dann zu dem Schluss kommen ob Rom seinen Ursprung in Babylon hat ja oder nein ob der Pontifex Maximus ein Titel bereits von den Medo-Persiern über die Griechen weitergeleitet an Rom gegeben Julius Cäsar 48 vor Christus zum ersten Mal verliehen dafür sorgte dass die Kaiser in Rom auch als Gottheit verehrt wurden und das ist genau das was der heutige Kaiser in Rom tut weil der Papst ist nichts anderes als der Kaiser von Rom und es gibt da ein sehr schönes päpstliches Zitat über das ich jetzt aber aufgrund der Zeit hier nicht mehr mit einbringe das könnt ihr mich fragen wenn ihr das gerne wissen wollt in den Kommentar kann ich das mit einarbeiten es war ein Papst der gesagt hatte der Cäsar der euch jetzt anspricht und dem alleine Huldigung und Anbietung zukommt welcher Papst das war kann ich ruhig mal raussuchen das Zitat gibt es also habe ich nur im Englischen gefunden aber wie gesagt der Papst der Pontifex Maximus der oberste Hirte der römisch-katholischen Kirche ist gleichzeitig auch Cäsar Kaiser über das römische Imperium und dieser Kaiser wird als Gott angebetet weil der Papst behauptet von sich als Vicarius Philii Dei er sei der Stellvertreter Christus und er sei damit Gott auf Erden so genug Blasphemie für heute ich danke fürs Zuhören auch fürs Zuschauen macht mir ja immer viel Mühe mit den Bildern auch hoffe ihr würdigt das und es gefällt euch auch das so anzuschauen und bis zum nächsten Mal in Abschnitt 2 wenn wir geht über wenn wir gehen über Priester Mönche und Nonnen wie gesagt das Buch wird von Seite zu Seite interessanter danke fürs Zuhören danke fürs Zuschauen Jogler 66 von Hour of the Truth Stunde der Wahrheit meldet sich ab Gott schütze und behüte euch bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal Pix bitte bis zum nächsten Mal